Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Scorpion Plays und dabei habe ich den Damon aka Snacks, sitzt nämlich hier neben mir im Real Life meine Freunde und wir spielen heute das erste Mal GTA Online, das erste Mal was ich jetzt angemacht habe und ich habe keine Ahnung was wir jetzt hier machen müssen, aber einfach mal da drauf gehen. Einfach mal X drinnen. Wir spielen hier auf der Playstation GTA Online und wir gucken jetzt mal, oh man kann hier so ein paar Sachen schon einstellen, Lifestyle alter Übelgeil man. Oh ja man. Wir haben uns noch gar nichts angeschaut. Es sieht ein bisschen aus wie Antoine als Frau. Ja schon ein bisschen. Schlafen muss auf jeden Fall mehr eigentlich, wenn es zu mir passen soll. Ach da kann man so alles skillen und so. Ey das bockt übel. Ey das ist jetzt schon übel. Das ist richtig hammer. Erscheinung, ey da muss ich kurz Pferdeschwanz passt zu mir eigentlich. Ey mach mal nicht Simon, mach mal jung man. Lass so eine junge Bitch sein. Nein ich will einen Typen machen, als ob ich eine Frau machen würde. Ey komm mach eine Bitch man. Ich will keine Bitch online sein. Du musst aber attraktiv für die. Ja dann werde ich nur vergewaltigt online. Egal man. Wieso kann man das hier gar nicht auswählen, ob man eine Frau sein will oder was? Jetzt mal. Ach Vererbung, warte mal. Ach man kann. Wieso bin ich. Ist man automatisch eine Frau oder was? Ach da kann man den Mann auswählen. Lol. Also. Warte mal. Das kann man da so. Ach so da unten. Ey der hat voll die ekelige Fresse man. Als ob sie richtig ein paar aufs Maul gekriegt hätte. Kann man auch den Typen wählen? Ey. Kann man auch den. Guck mal wie die aussehen alter. Scheiß mal. Alter kann man auch irgendwie ein Typ sein. Alter was man hier alles einstellen kann. Fuck yo man. Egal das machen wir doch jedenfalls. Ey geh mal nach unten. Kannst du auch nach unten da gehen? Ja da. Da kannst du den Typen auswählen glaube ich. Ne ne geh mal nach unten. Drück A. Ähnlichkeit des Vater oder what? Ey. Du musst doch hier irgendwie. Also. Du hast nur ne. Du kannst nur eine Frau sein. Alter. Was für ne Bitch das ist. Das ist schon ne Hode. Das ist echt so alter. Als ob ich jetzt hier weiter. Also. Wir sind entweder zu dumm. Also oben. Man kann das schon. Zu Vater und zu Mutter. So unten. Aber warum steht oben Großeltern? Oder sind das die Großeltern? Vater des Vaters. Was ist das? Lol. Alter. Was man hier alles einstellen kann man. Hoffentlich. Was wäre das? Alter. Dein Geschlecht. Da unten kannst du es. Ah. Oh Gott. So. Okay. Ja. Mutter der Mutter. Was ist das für ein Scheiß man. Wir machen jetzt mal so ne. Ich wäre schon so ne. 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 Aber das haben die schon heftig gemacht. Ich nehm die. Dass das Aussehen von der Mutter ein bisschen angepasst ist. Das ist schon so ne kleine Milf so. Weißt du. Ja. Schon. Die Milf würde ich schon ballern. Aber kommt drauf an wie alt ist. Wieso erinnert sich jetzt der Großvater? Ach ja. Weil man den Vater der Mutter ja auch ändern kann. Stimmt. Ja. Okay. Dann. Die Großvater. Ach. Da oben ist die Großmutter. Fuck. Warte mal. Also. Wir nehmen jetzt so ne. Wir nehmen so schwarze Vorfahren. Die ist so schwarz. Aber der Typ ist weiß. Ja. Dann wird die auch. Alter. Jetzt ist sie ein halb schwarz, halb Asiatin, Mann. Oha. Wir machen sie so. Nicht so ganz schwarz. Sondern die Mutter hat Oma zu den Weißen kennengelernt. Zu denen. Ja. Genau. Und dann. Ähnlichkeit der Mutter. Ja. Das lassen wir einfach mal so. Und bei ihm auf jeden Fall. Bei ihm eher so die Weißenfamilie. Ja. Das ist schon bosshaft eigentlich so. Guck mal. Weil er sagt jetzt... Nee. Macht immer anders. Ehrlich? Ja, Mann. Ja. Der mit Bart. Der sah schon gediegen aus. Der hier. Ja. Nee. Aber seine Fresse sieht kacke aus. Ja, können wir denn unser gar nicht mehr ändern, oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann das nur daran festlegen. Ja, stimmt. Aber es gibt so viele verschiedene Variationen, ne? Das ist echt, Mann. Es gibt so viele. Also, das müssen wir jetzt nicht übertreiben. Aber was ist mit seiner... Ich glaube, Frisuren und so, das kann man alles eh noch ändern. Ja. Die Fresse sieht natürlich echt aus wie so ein Gelähmt. Aber als ob man das jetzt hier alles... Er ändert sich gar nicht. Guck mal. Er gehört nämlich eher zum Vater. Guck. Er hat eher... Ähnlichkeit des Vaters. Ach, das kann man jetzt hier... Okay, also... Mach auch so Mitte. Mitte, Mitte. Du musst... Ja, so Haut... Ja, doch. Es bewegt sich. Es bewegt sich. Ich mach so Haut... Haut... Ja, genau so. So. Ein bisschen... Ja, so ist perfekt. Okay. Ähnlichkeit der Mutter. Nee, ist wieder zu hell. Okay, ich glaube, wir machen es erstmal so. So, ich glaube, das Gesicht kann man eh nochmal ändern. Oha, das sei übel. Als ob er richtig zurechtgetreten wurde. Guck mal hier, ist das auch geil. Ey, so ist eigentlich schon so stylier ein bisschen. Ich weiß nicht. Ist schon gar nicht so schlecht. Aber egal, komm. Machen wir es mal... Nehmen wir den nochmal. Den hatten wir, glaube ich, eben schon. Ja. Okay, gucken, ob wir jetzt hier... Lifestyle schlafen. Aber kann man hier überhaupt was ändern? Nee, nee. Ich glaube, das ist ein festgelegter Punkt. Nee, da kann man... Guck mal, da kann man was runternehmen. Sport treiben, Training... Ach so, man hat so gewisse Punkte. Da muss man hier was runternehmen, dann kann man es woanders drauf machen. Freunde und Familie sind nicht so wichtig. Doch, man mit Freunden schon. Weil du kannst ja auch eine Gang gründen, glaube ich. Ja, okay. Aber auf dem Sofa rum nehmen, das ist auch wichtig. Nein, aber das ist unwichtig. Okay, gut. Komm, legale Arbeit verrichten ist auch nicht wichtig. Du machst sowieso nur illegal was. Ja, stimmt. Machen wir mal hier bei illegal... Und bei Partys auch nicht so wichtig. Ja, warte. Doch, Party will ich schon ein bisschen. Ach, das ändert dann auch, wie er auszieht. Oh, wow. Alter, das haben die schon geil gemacht, Mann. Ja, wow. Ja, okay. Übertreiben wir es nicht mit Party. Machen wir mal so. Ich will schon, dass man ein bisschen was macht. Schlafen, ja, das ist fest. Vier Stunden, wow, haben sie mir richtig was. Ja, Sport soll er aber auch machen. Ja, man. Ja, guck mal, so ist das schon so ein bisschen Player. Guck mal. Oha, ja, man. Schon breit gebaut. Ich glaube, ich mache das so. So lasse ich das. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Dann mache ich einfach eine GTA Online Serie draußen. Dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir das hier zu machen. Machen wir zwei von illegaler Arbeit weg. Ja. Und pack die auf dem Sofa rum, nochmal. Okay, hat ihn zwar nicht geändert, aber okay, lassen wir mal so. Kann man Lifestyle so ausdauern und so? Ach, das ist auch, hat alles auch auf Stärke und so. Ja, wow. Oh, kacke, Mann. Ich glaube, auf dem Sofa rum, man hat dann nicht so viel. Nehmen wir mal hier. Lungenvolumen. Ja, cool, egal. Machen wir es mal so. Ich glaube, das kann man eh noch später skillen. Dann machen wir, ich will so 19, würde ich sagen, so wie ein Reel halt. Nehmen wir mal so 20. Ach, okay, 21 ist das die Jüngste. Er muss ja wegen Amerika. Erwachsener, genau, stimmt. Alter. Man sieht die Frisur halt jetzt nicht. Voll dunkel, Alter. Warte mal. Oh Gott. Färdschwanz. So ist schon geil, aber das passt nicht zu ihm. Ne. Gehfrisur, kurz gekämpft. Gibt es den Boxerschnitt, so? Zerzaust. Oh, langer Frisur. Kurz geschoren. Das ist so halbglatze, äh, ne, halbglatze, sag ich schon hier. Iromodisch, Hipster. Hipster ist übertrieben, Alter. Ja, Mann, das ist schon krass. Okay, dann, ich nehme jetzt mal dieses kurz geschoren. Haarfarbe, natürlich, so wie Antoine, würde ich mal behaupten. Ne, Antoine hat Glatze. Ja, okay, stimmt. Okay, so ein Drei-Tage-Bad ist schon... Ja, ne, ne, du musst... Ne, so ein Bad ist eklig, wenn überall ganz ein Ding. Ja. Na, das ist schon... Ja, so, oh, das war gut, Mann. Der hier, ne? Ja, Mann, der sieht schon stylisch aus. Ja, der hat Style, okay. Gut. Wie so eine Snapback-Mitte. Ne, so finde ich schon gar nicht so schlecht. Und die Brille können wir auch eigentlich schon fast so lasten. Ne, gibt es vielleicht so... Drei-Tage-Brille. Na, so ist schon mal... So ist... Weiß nicht so. Ja, so ist schon krass, irgendwie. Ich finde, da kann man schon ein bisschen Rahmen so sehen. Ja. Ja, die ist übertrieben. Nehmen wir mal die. Okay, also das ist jetzt einfach mal so der Anfang und dann gucken wir mal, was man da noch alles ändern kann. Name des Charakters Antoine. Ja, das muss eigentlich sein. Ja, eigentlich schon. Das muss sein, ne? Ja, eigentlich schon. Okay, Antoine. Glaubst du, man muss auch Nachnamen machen? Ne, ne? Ne, mach ich auch mal nicht. Okay, Antoine, so. Gut, dann haben wir jetzt den Charakter schon mal gebaut. Ich denke mal, so ein bisschen rumlaufen können wir mal so, dass das Video so 12 bis 15 Minuten geht. Ja. Und dann würde ich mal behaupten... Warte mal, jetzt müssen wir gucken, jetzt beendet es sich aber gerade gar nichts mehr. Hoffentlich ist es nicht gefreezt. Ne, ne, der Typ bewegt sich ja noch. Ja, man weiß halt nicht so... Kannst du vielleicht... Ja? Man kann nichts tun, gerade. Die Sache ist halt so, das ist ja jetzt auch...